Und die große Frage, die wir uns alle stellen, ist, sieht das cool aus, wenn das hier so an der Seite rauskommt und man das tiefer trägt? Sieht dann aus wie so ein Snowballer oder eher wie ein noch krasserer Obdachloser? Back to the Roots, bonne journée, meine Freunde der Leichen- und Zeichen-Unterhaltung, willkommen zurück zu einer Runde. Wir spielen eine Runde Pew Duck Pie 2. PewDiePie, das ist ein Spiel für PewDiePie, was PewDiePie auch schon gespielt hat, über PewDiePie. Jetzt kann ich PewDiePie in den Titel schreiben, weil ich kann einfach PewDiePie sagen in dem Video. Wie gesagt, das ist ein Zusammenschnitt, das ist so ein bisschen Rage-technisch, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist, glaube ich, eine sehr einfache Steuerung. Einfache Steuerung, ja. Los geht's. PewDiePie 2, Unexpected Adventure, ja, okay. How to play erst mal. Up, down, hold, short... Ich will auch mal ein Spiel, ich kann auch mal jemand ein Spiel machen, ich will auch mal ein Spiel haben. Wenn ihr Spiele machen könnt, machen wir auch mal ein Spiel. Kann man den töten? Hallo? Der Ficker steht ja wieder auf. So, und jetzt hier. Okay. Also rüber. Aber man kann ja sogar so fliegen. Ja, einfach. Hä? Hä? Ist er drauf jetzt, oder? Hä, was ist denn für ein Dude, Alter? Wie gesagt, ich soll ja auch drauf aufgebaut sein zu ragen, aber werde ich definitiv nicht. Ich war doch nicht mal da. Nein, oh Mann, warum springt er denn? Ja, guck, da bin ich doch fast hochgekommen. Was schreibt ihr schon? Crap. Wie? Wie soll ich denn da irgendwie ansatzweise durch, Mann? Das ist fucking unmöglich. Wie soll man das denn machen? Soll man dann zurück oder nicht? Oder was? Oder hoch? Oder... Also ich komme echt nicht so weit in dem Spiel, glaube ich. Ha! 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 Hat das niemand gesehen? Hat das niemand gesehen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, hello there, handsome. Okay. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie? Oh nice, oh nice, bin drüber. Wie, die können auch drauf. Dann eine Banane? Ja. Hä, wie komme ich denn jetzt hier weg? Brauche ich jetzt alle Bananen oder was? Hä, was mache ich denn jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Wie? Muss ich jetzt alle Banane aus holen? Dein fucking Ernst, Alter? Ansatzweise mal, ich komme einfach nicht fucking drüber, ne? Ich komme einfach nicht fucking drüber. Ja genau, weil es dann wieder runter geht, oder? Guck mal, ich bin voll der Gebüchse. Problem. Problem. Ja gut, so macht man das nicht. Okay. Ja genau, weil ich doch geflogen bin. So, alle bis die da sind. Bis die hier sind. Alle. Zack, 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 zack. Und dann, hey. Boy, over here, I can see you brought me beautiful things. Okay. Open the gate now. Fast because we're close in a while. Yes. Why not take the banana, you should... Oh mein... What the fuck? Ich bin doch auf seinen Kopf geflogen. Was ist denn da nur an... Would you want to eat a banana with me before you go? Just super fast? No. Oh fuck off. Oh fuck off. Wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Was ist das denn jetzt für ein Ding? Und die können natürlich da durch. Und die können natürlich... Jetzt ein letzter Versuch. Hardcore-Style. Ich meine natürlich... Wenn es dir gefallen hat, lasst den Augen nach oben da. Das ist ein mega geiles Spiel. Ich bin überhaupt nicht ausgerastet. Das ist brillemäßig. Wenn es dir gefallen hat, lasst den Augen nach oben da. Ja, wie gesagt, das war ein Zusammenschnitt. Ich beruhig mich jetzt und... Link ist... Beschreibung ist im Link. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tühehe...